HURFU KIND SON ALTA Da kommt er da Da ist er HURFU KISTEN Was lauft zurück nach innen KOMAS da STATAT Was geht ab was geht ab leute Heute mit einem neuen video Heute spiel ich wieder mal wieder Horror spiel in Roblox Mal gucken was heute wieder passiert mal gucken mal gucken let's go ok jetzt sind wir endlich angekommen mal gucken was heute passiert ich bin sogar noch alleine alleine spiele ich spiele alleine warum bleibe ich immer haben nicht man nicht man geschafft es zu lesen maybe they have something in der fläche haben sie etwas im radio das meine ich dass das meine gedanken darüber gehört aber nicht raus da wir gewartet worden dass man da auf der freien straße ist sehr immer da der police do not want any auto go zeit nach draußen geht um die öffentliche sicherheit und gewählten leisten ich kann nicht mehr lesen wir danken ihnen für ihre verständnis please lock your windows if you see anything's is pz spitz ist ein bitte ich würde mich schnell wie möglich hey jungs scheiße über serienmörder fuck das mal like ich bin hier aber aber hier sich das ist aber sicher dass es nichts eigentlich kann ich lesen jungs bitte ich brauche eure hilfe ich bin sogar alleine betreten sie die tankstelle ganz alleine glaube ich oder steht hier steht keine ok 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 wobei es ist ein bisschen so sass aus im mitteil sagen dass er die uhr ausschalten soll hey hey du da jetzt zu time ist zeit ist zeit für dich man eine legt noch mein geld gehört ich fühle mich schlecht für dich lol ich bin mir sicher dass es gut wird nur nur noch seine nach nach oder die i am out here please give me the creeper stew a creeper stew to the fault also das between us dude dude i got kind of hungry and might look an mng essen aus dem regan oder gegessen bro anyway see you later well maybe if you wenn du noch lebst ich werde schon jetzt nach hause fahrt schon jetzt allgemein wegen dieses scheiß antwort wird schon längst nach hause fahren aber egal jetzt geht es nicht besser wüsste hätte ich gedacht was okay so was wo da die regale sind ausverkauft acht übrig nach so zu machen okay okay jetzt muss ich die regale hier voll machen heißt das kostet hat die tür nicht zu wie deiner kiste in kras jetzt kommt die ohne prozent hinter mir ok 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 jetzt guckte aus die fenster so noch oder shit nein das die stadt hat eine maske nur so so leer hinten so kein poster gar nichts kann sie nicht mit mir bleiben was hat so lange gedauert was nicht einmal das nicht einmal sehr lange gewartet ja natürlich der sie diskutieren unnötig mache was auch immer ruft mich einfach schon an gute alte damen aussieht wieder unternehmen über diese phone anrufen okay wer will ich glaube ich habe keinen bock wegzufahren schon trägten einer bruder er packt genau von mir okay der ist der bestens aus hallo bewegt die entwingen sie so immer so kommen die bewegen sich immer so kommen ich kann ja okay hey hello hello can you like bring me up please i mean so i i guess wie geht's wer macht du dich hört zu alter ohne sinn hallo what the fuck ist einfach durch das auto ja ja dass der typ in den runden und der da draußen schlecht hier aber ich bin nicht erwunden wenn du sprich mein braun an einer halber oder erst wieder da ist da auch noch hier also noch da kein bauken sort der kann sich nicht auf mit mir bleiben im idee von ist er nämlich mit bitte nämlich mit warum macht die tür zu bitter an die sekunden waren heute was rück sich los kann dann was an galvan bitte weiter police ich arbeite wo man so unhöflich wenn ihr los ich habe die nachricht gehört ich bin beliebte weil sie auf der tage stelle mit arbeit ab abzieht du kannst den nix sein hoher warum ich mich also die polster wenn sie etwas verdächtiges sehen okay man ist so angst und er kann sich nicht die tue zu machen angst wenn der hier reinkommt ja hinter hier in die tür so leiter ich wusste es deswegen habe ich geguckt mein gott er selber da tk hatte meine herz gefehlt holen sie sich einen zug auf freund auf die pulser bitte so viel geht es jetzt rein das ist nicht nur das ist nicht nötig er will mich für kennen dann kann ich abhauen was mit die alter singen wird der ist halt der fahrt verpest dich an der manier kaum einzig gegenreize was mehr alter ich geholt seinen bros die hat von den dd nicht erwähnt der nacht nicht zu tun aber ist nicht wert im zu gehen was sind die sorten facts auf die poolzeit doch hallo 13 links junger wird dann sowas von kommen das kann man hier ist das also kerke können wir reingehen auch dahinten hat es in toilette nach so ist es ist es ist ein mob er wird dann sowieso wieder kommen der letzte wird mich ficken auto und jetzt bitte sagen doch bescheid das kann mit dem reden und nicht ich bin so dumm alter ich komme mit dem reden und nicht hallo wenn ich die tür zu macht ja die alter das nur dieses getränk wo sagt was passiert ist bitte es wird dann drei uhr der tank immer teuer bei 50 uhr und ich sage doch bescheid und ich rede doch mit dem hat das passiert ist auch auf die pulse ohne sinn was kostet noch robox robox also robox jetzt kommt er oder bekommt nicht die gleichzeitig alte wird zeitgrunden an der haben ist besser nicht im einzelnen breit ja heute ist man noch also man sieht die animation und idee ist hohen ok stark war ich bin überrascht dass diese ordnung gerade noch offen ist ja ich auch warum sie so habe ich den scheiß zu sehen mülder ja ich weiß dass doch aber ich bin ja dumm ich mache weiter ich zähle durch ich denke es wird mir gut gehen ich weiß wenn ich mich verteidigen kann wie dann mal ich bin hier raus ich habe doch kein bock hier allein zu sitzen ich muss die mülle einmal lernen ok er wird mich so auseinander nehmen bitte mich auseinander nehmen oh mein gott wird er mich auseinander nehmen zufalt draußen zufällig draußen ich so kein bock mehr alter komeräte mit der kommt 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 zu mir kommt 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 ich traurig kommt kommt ich mir verdammte kommt treu ich traurig ich kann traurig natürlich kommt er zu mir so dass ich alter und noch ein auto hat dann kommen die bekommen er war kommen er wieder geht auf die toiletten glaube ich oder bitte schreit er nicht herum oder und wie daraus war er kommt daraus okay warum hat nicht die die man sich die tür zu untersehen hat ich was die fick aus von mir habe schon gesehen aber aber die töten aber die toiletten schmecken was den bänden da ich wollte deine bänder benutzt benutzen aber die töten schmecken kennen meine feind ab junger ich kann nicht mehr ich kann so schnell lesen entschuldigung ich werde es jetzt säubern und bitte und sich die toilettenreiniger reinigen sie hat eine gasse bitte verlassen sie mich nicht alleine hatte ich es gerade aus hallo bitte ich weiß viel smarter über hier raus zu gehen weiß ich dass die matthia eingehen würde jetzt kennt da oder und da kommt da das machst du mir fast einen herz dass wir jetzt gemacht hat was labert überhaupt und was hat sie mir junge wenn mich eigentlich jetzt umbringen warum ich darum einfach wenn mich doch kein bock mit vater einfach wieder weg es geht weg oder ich werde dich durch buchen denkt ich habe angst verdienen oder was aber der ja genau ich bin ich mit dem club jungen hätte schon längst die putz angerufen so ein scheiß typ weiter jetzt macht einen test bei der krisis geht mir was klären beteuert natürlich ich werde dich jetzt das alles bereuen lassen dadurch mit meiner ja meine eier leckens labern alter oder eine freunde ich war 1 g1 mit ihm das setzte und er kann auch daraus was macht er schon längst die pool zahlen gerufen bruder ja kann nämlich auseinander ich mich ja weniger ja kaum creepy für mich da hast du was ja okay kann zeugen unfalls naja wort der djogel kostet ist ja natürlich er hat heute mit arbeit zu kommen hier wirklich alter naja you're going to be nächstes gefängnis sein du wirst mein nächstes gefängnis sein okay als lauf zurück nach innen sie gar gern sort das was klaus und ich ergänze hat ein vortrag ich muss auf die putze anrufen zu spät mein freund wenn sie die tasche um ja für sowas zu reparieren stark okay hatte mal überlegen hatte nein ich bin nicht dumm hat es geht doch nicht rein was sollte mich umbringen fragt hat kann bringe mich um es in den kassen oder die smart 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 ich verstecke aus gut habe mich versteckt bleiben oder verstecken sich im badezimmer hatte ich gehe extra in der mitte so ich gehe ich gehe extra hier ich gehe extra hier das smart ich bin ich bin ich verstecke mich nicht ganz hinten also denkt er auch hinten logisch ich bin so du wie ich